Braucht ihr auch morgens immer zwei Wecker? Nutzt vielleicht sogar auch euer Handy und ein Amazon Echo, aber es ist euch eigentlich viel zu lästig, jeden Abend immer zwei Wecker stellen zu müssen bzw. überprüfen zu müssen? Dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar schauen wir uns heute einmal an, wie wir mittels Home Assistant unseren Handywecker mit dem Wecker vom Amazon Echo synchronisieren können, sodass wir nur noch einen der beiden Wecker, genauer gesagt den Handywecker, stellen müssen. Letzte Woche war ja Prime Day und diesen Amazon Echo mit dem Uhrzeitdisplay drin hatte ich schon länger auf dem Schirm, aber die 70 Euro waren mir einfach immer zu teuer. Jetzt gab es ihn zum halben Preis, da konnte ich nicht anders, da musste ich einfach zuschlagen, um endlich mal meinen alten Radiowecker ablösen zu können. Und als das Ding dann da war, habe ich mir gedacht, dann kann ich jetzt auch endlich mal das Problem angehen, was mich schon ewige Zeiten nervt, dass ich jeden Abend sowohl den Radiowecker als auch meinen Handywecker einstellen bzw. mindestens mal kontrollieren muss. Ich bin halt jemand, wenn morgens der Wecker geht, ich mache den aus, drehe mich um und ich bin wieder weg. So, deshalb habe ich zwei Wecker und zwar einmal meinen Radiowecker und mein Handy, heißt im Umkehrschluss aber zwei Wecker zweimal Wecker stellen. Das wollte ich jetzt mit meinem Handy und dem Amazon Echo eben umgehen. So, und da beide Geräte ja auch im Home Assistant integriert sind, genauer gesagt, der Echo ist integriert und auf dem Smartphone ist die Home Assistant App installiert und über die habe ich ja die Möglichkeit, so ziemlich alle Werte von diesem Smartphone auch an Home Assistant zu übergeben. Also habe ich mich dann drangesetzt, eine Automatisierung geschrieben und nach ein, zwei kleinen Fehlschlägen hat das Ganze seitdem auch tadellos funktioniert. Und was man dafür jetzt tun muss, was man beachten muss, um nicht gegebenenfalls nachts geweckt zu werden, aber auf jeden Fall zuverlässig morgens geweckt zu werden, nämlich wenn euer Handywecker gestellt ist, das schauen wir uns in diesem Video mal Schritt für Schritt an. Wenn ihr vielleicht auch noch was bei Amazon bestellen wollt, wie zum Beispiel so ein Echo, um euch morgens wecken zu können, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr dafür meine Affiliate-Links nutzen würdet. Sämtliche Amazon Affiliate-Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach einmal draufklicken, dann eure Bestellung ausführen. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche. Ich bekomme eine kleine Provision, würde mich riesig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür und für alle, die mich kontinuierlich unterstützen möchten. Ihr könnt einfach mal hier unten neben dem Abonnieren-Button auf Mitgliedschaft klicken. Alles weitere zur YouTube-Mitgliedschaft erkläre ich da auch nochmal in einem kurzen Video. An der Stelle nochmal vielen Dank für jede Art von Support. Sei es ein Like, sei es ein Abo, sei es Bestellungen über die Affiliate-Links oder natürlich auch die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank für alle eure Unterstützung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video und wechseln mal runter ins Büro an den PC. Ja, hier seht ihr nun mein Home Assistant und was wir als erstes machen möchten ist, wir möchten unseren Echo Dot ins Home Assistant integrieren. Dazu nutzen wir die Alexa Media Player Integration. Diese finden wir im Hex. Also wechseln wir jetzt nach Hex in den Punkt Integrationen und klicken hier unten mal auf Durchsuchen und Hinzufügen von Repositoris. Hier suchen wir jetzt einfach mal nach Alexa und dann sehen wir hier auch schon Alexa Media Player. Den wählen wir aus und sagen jetzt hier unten, installiere dieses Repositori in Hex. Er schlägt uns hier die aktuelle Version vor und da klicken wir nur noch unten rechts auf Installieren. Dann seht ihr jetzt hier oben ausstehender Neustart. Er hat also die Integration installiert. Diese erfordert aber, damit sie anständig funktioniert, noch einen Neustart und das machen wir jetzt. Wir gehen dazu auf Einstellungen, Serversteuerung, prüfen einmal die Konfiguration. Konfiguration ist in Ordnung, also sagen wir neu starten. So, Home Assistant wurde vollständig gestartet und jetzt gehen wir nochmal nach Einstellungen, diesmal aber in die Integrationen und hier sagen wir jetzt Integration hinzufügen. Wenn wir jetzt hier nach Alexa suchen, finden wir hier oben Alexa Media Player. Das wählen wir aus. Das dauert dann einen kleinen Moment. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, fragt er uns jetzt hier nach unserem Amazon Login. Den trage ich jetzt hier einfach mal ein. Dann ist noch ganz entscheidend, dass wir hier aus Amazon.com Amazon.de machen. Überprüft danach hier noch einmal eure URL zu eurem Home Assistant, ob diese auch passt. Und wenn wir jetzt einmal runterscrollen, dann sehen wir hier noch, wir können hier eingebundene Geräte, ausgeschlossene Geräte angeben. Ich lasse jetzt hier alle Einstellungen so wie sie sind in dem unteren Bereich und sage einfach mal absenden. Wir kommen dann auf die Amazon Alexa Login Seite. Hier gebe ich nochmal meine Anmeldeinformationen an, sage hier unten angemeldet bleiben und klicke auf anmelden. Jetzt möchte er, dass wir hier noch einmal die Zeichen aus der Grafik abtippen. Das mache ich einmal, sage nochmal anmelden und dann fragt er uns, mit welcher Art wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen möchten. Ich wähle jetzt hier, geben Sie das OTP aus der Authenticator-App ein, denn ich habe den Google Authenticator mit meinem Amazon Login verknüpft. Sage jetzt OTP senden. So und jetzt schmeißt er mich hier wieder auf die Anmeldung zurück. Also klicke ich nochmal auf angemeldet bleiben, sage jetzt anmelden. So und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Einmal-Passwort aus meiner Authenticator-App anzugeben. Das mache ich mal und sage jetzt hier auch in diesem Browser nicht mehr nach Kurzfragen und wähle anmelden. Jetzt sagt er uns hier Success, this window can be closed. Also die Authentifizierung bei Amazon hat jetzt funktioniert. Also schließen wir das Fenster wieder und jetzt seht ihr hier alle meine Echo-Geräte. Und um welches es uns heute geht, ist hier der Echo-Dot-Wecker. Dem ordne ich jetzt einfach mal den Raumschlafzimmer zu. Können wir die anderen auch mal eben hier wieder zuordnen. So, das waren so die wichtigen. Und ich sage hier unten fertig. Ja und dann seht ihr jetzt hier oben, ist die Alexa Media Player Integration eingefügt. Und damit haben wir jetzt Zugriff auf unseren Amazon Echo. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wir müssen unser Smartphone in unser Home Assistant integrieren. Und das machen wir mit der Home Assistant App. So, dafür blende ich euch jetzt mal mein Handy ein. Und hier gehen wir mal in den Play Store und suchen jetzt hier oben nach Home Assistant. Ihr seht ja auch nochmal die offizielle App für Home Assistant. Kontrollieren Sie Ihr Zuhause überall auf der Welt. Da wählen wir jetzt mal Installieren. So, und nachdem die App jetzt installiert wurde, können wir diese auch direkt öffnen. Zuerst müssen wir jetzt unsere Home Assistant Instanz auswählen. Beziehungsweise anders gesagt, wir müssen die URL unseres Home Assistant eintragen. Dafür klicke ich unten mal auf Adresse manuell eingeben. Und hier tragen wir jetzt ein. http, Doppelpunkt, Doppel Slash. Und in meinem Fall ist das Ganze dann 192.168.5.50. Und dann Doppelpunkt 8123 für den Port. Dann sagen wir hier OK. So, und jetzt werden wir hier nach unserer Anmeldung gefragt. Ich melde mich hier mal eben kurz an. So, jetzt werden wir noch nach einem Gerätenamen gefragt, unter welchem Namen also unser Handy in Home Assistant angelegt werden soll. Ich lasse jetzt hier einfach mal den Standardnamen stehen. Den könnt ihr aber nach Belieben hier an dieser Stelle auch anpassen. Standorterkennung könnt ihr ebenfalls hier ein- oder ausschalten. Wenn ihr das aktivieren möchtet, informiert ihr euch auch nochmal, dass entsprechende Daten gesammelt werden. Ich sage jetzt hier einfach mal OK und immer Zulassen. Das bestätigen wir und sagen Fertig. So, und jetzt seht ihr auch schon, haben wir Home Assistant soweit schon eingerichtet und können jetzt hierüber auch schon unsere Lampen und so weiter alles steuern. Aber wir benötigen jetzt ja noch die Informationen über unsere Weckereinstellungen vom Handy im Home Assistant. Diese sind standardmäßig nicht aktiviert. Also gehen wir jetzt hier oben mal in das Menü, scrollen mal nach ganz unten und hier gibt es einen Punkt App-Konfiguration. Diesen wählen wir einmal aus und wählen hier jetzt den Menüpunkt Verwalte Sensoren. Und jetzt seht ihr hier Aktivieren von 63 Sensoren, wenn ihr direkt alle auf einmal aktivieren möchtet. Ich möchte jetzt aber erstmal nur den Wecker hinzufügen, also klicke ich hier oben auf die Suche und gebe jetzt hier einfach mal ein Nächster. Und dann seht ihr auch schon, Nächster Wecker deaktiviert. Das wähle ich aus und aktiviere diesen Sensor. Und dann seht ihr jetzt unten auch schon eindeutige ID, Next Alarm. Und als Zustand könnt ihr auch schon sehen, mein nächster Wecker geht um 5.45 Uhr, genauer gesagt um 7.45 Uhr zu unserer Zeit. Denn Zeitzone aktuell plus 2 Stunden, deshalb zeigt er uns hier 5.45 Uhr. So, und mehr müssen wir hier in der App auch gar nicht machen. Also können wir das Handy wieder auf Seite legen und machen jetzt im Home Assistant weiter. Zurück im Home Assistant wechseln wir jetzt mal in die Entwicklerwerkzeuge. Hier suchen wir uns jetzt zuerst mal unsere Entität von unserem nächsten Wecker, unseres Smartphones. Dieser hieß Next Unterstrich Alarm. Und hier sehen wir ihn auch schon, SM-N975F, das war ja mein Gerätename. Und dann Next Alarm. Und hier sehen wir jetzt wieder 5.45 Uhr. Also das ist der Sensorwert, den wir gleich benötigen für unsere Automatisierung. Und was noch ganz wichtig ist, was ich selber erstmal erschreckend lernen musste, ist hier das Attribut Package. Und zwar gibt uns dieser Eintrag hier an, welche App denn diesen Alarm auslöst. So, und in dem Fall ist es wirklich mein Wecker. Es kann aber auch sein, dass hier zum Beispiel com.google.android.kalender steht. Und ich hatte zum Beispiel einen Kalendereintrag für 11 Uhr und der war so eingerichtet, dass er mich 8 Stunden vorher, also nachts um 3, informieren soll über diesen Termin. Damit ich morgens, wenn ich wach werde, auf jeden Fall den Kalendereintrag als Erinnerung in meinen Notifications habe. Aber, da der hier jetzt auch aufgetaucht ist, ging nachts um 3 mein Wecker los. Also, man sollte dieses Package hier ebenfalls in der Automatisierung berücksichtigen und auch sicherstellen, dass es sich bei diesem nächsten Alarm auch wirklich um den Wecker handelt und nicht um irgendwelche anderen Alarmfunktionen. Aber, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns mal unser Template für unsere Automatisierung. Dafür kopiere ich mir jetzt erstmal hier den Entitätsnamen. Wir wechseln in den Template Editor, entfernen mal hier das Demo Template und fangen mit einem neuen Template an. Als erstes möchten wir hier mal den Status unseres Weckers. Dazu schreiben wir jetzt hier einfach mal States und in Klammern dann unseren Weckernamen. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon wieder den Zeitstempel unseres nächsten Weckers. Das ist mal unser Ausgangspunkt. Hier haben wir ja jetzt 7.45 Uhr genau genommen zu unserer Zeit. Und wir hätten jetzt gerne um 7.30 Uhr den Echo an. Heißt, hier müssen wir jetzt gleich noch eine Viertelstunde von abziehen. Mit dieser Zeitangabe lässt sich allerdings noch nicht rechnen. Also müssen wir das Ganze jetzt noch in einen Timestamp umwandeln. Das machen wir mit s-timestamp. Und jetzt bekommen wir hier einen Timestamp, also eine normale Integerzahl. Das ist die Angabe in Sekunden. Und wenn wir jetzt hier eine Viertelstunde abziehen möchten, müssen wir jetzt hier hinter noch sagen, minus 15, also minus 15 Minuten. Da es sich aber hier ja um Sekunden handelt, müssen wir das Ganze nochmal mit 60 multiplizieren. Und insofern hätten wir jetzt hier unsere Startzeit für unseren Wecker. Was wir jetzt noch brauchen, ist unsere aktuelle Zeit. Denn damit müssen wir das Ganze ja vergleichen, um nachher zu entscheiden, ob der Wecker nur gehen soll oder nicht. Das geht auch relativ einfach. Ich mache das jetzt einfach erstmal in einer neuen Zeile. Und zwar sagen wir hier wieder s-timestamp. Und darin sagen wir jetzt einfach now. Und hier seht ihr jetzt den neuen Wert. Das ist also der Zeitstempel von meiner aktuellen Uhrzeit. Und sobald dieser größer ist als diese Angabe, dann möchten wir, dass unser Echo angeht. So, jetzt hatte ich aber eben noch erwähnt, dass wir ja auch das Package überprüfen müssen, um sicherzustellen, dass es sich dabei auch wirklich um unseren Wecker handelt. Und nicht, wie bei mir zum Beispiel, um den Kalender. Und das fragen wir ab mit State-Attribute. Geben jetzt hier wieder unseren Sensornamen an. Und am Ende müssen wir ihm jetzt noch sagen, welches Attribut uns denn hier interessiert. Und zwar Package. Und somit haben wir jetzt alle benötigten Werte, um unseren Wecker richtig konfigurieren zu können. Ich kopiere mir jetzt mal hier noch den Package-Namen. Füge den hier mal eben drunter ein. Denn so können wir den ganzen Block einmal kopieren. Gehen dann nach Einstellungen und wechseln in die Automatisierung. In den Automatisierungen klicken wir jetzt auf Automatisierung hinzufügen. Und starten hier mit einer leeren Automatisierung. Dieser können wir jetzt hier einen beliebigen Namen geben. Ich nenne sie jetzt mal Wecker Echo. Den Namen könnt ihr natürlich frei wählen. Und jetzt geht es uns als erstes mal um einen Auslöser. Ausgelöst werden soll die Automatisierung erstmal alle 5 Minuten. Das heißt, wir wählen hier einen Zeitraster. Und geben jetzt hier an Schrägstrich 5 Minuten. Also Slash 5. Und das wiederum sorgt dafür, dass alle 5 Minuten diese Automatisierung ausgelöst wird. Da wir aber ja nicht alle 5 Minuten hier die Musik anschmeißen wollen, sondern nur unter bestimmten Umständen, benötigen wir jetzt noch eine Bedingung. Also klicken wir hier auf Bedingung hinzufügen und sagen jetzt hier Template. Als Wert fügen wir jetzt hier erstmal die ganzen kopierten Einträge ein. Und die müssen wir jetzt nur noch miteinander verknüpfen. In der ersten Zeile haben wir ja den Zeitstempel unseres nächsten Weckers. Und in der zweiten Zeile die aktuelle Zeit. Diese beiden möchten wir ja miteinander vergleichen. Also nehmen wir hier jetzt einfach nur mal die Klammern weg und setzen ein kleiner Gleich dazwischen. So, und das heißt nichts anderes als, wenn die aktuelle Zeit größer ist als der Handywecker abzüglich von 15 Minuten, dann ist diese Zeile als Bedingung schon mal wahr. Und einfacher gesagt heißt das, diese Bedingung ist erfüllt, wenn die aktuelle Zeit innerhalb einer Viertelstunde vor unserem Handytermin liegt. So, und was wir jetzt noch prüfen müssen ist, dass es sich bei dem nächsten Alarm auch wirklich um einen Wecker handelt. Das kriegen wir ja, wie wir schon gelernt haben, aus dem Attribut Package. Also müssen wir hier jetzt nur noch sagen, das muss gleich diesem Packagenamen sein. Und diese beiden Template-Bedingungen verknüpfen wir jetzt einfach mal mit End. Und damit ist unsere Template-Bedingung eigentlich auch schon fertig. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Aktion, damit die Automatisierung auch weiß, was sie denn überhaupt tun soll. Dafür wählen wir jetzt hier einmal Dienst ausführen. Und als erstes möchten wir mal die Lautstärke einstellen. Das machen wir mit dem Dienst media-player.volume-set. Hier wählen wir jetzt als Ziel unseren Echo-Dot-Wecker aus. Und mit Level können wir die Lautstärke angeben. Ich sage jetzt einfach mal 0,1, also 10%. So, und jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, was er denn überhaupt abspielen soll. Also fügen wir noch eine Aktion hinzu, sagen wieder Dienst ausführen und wählen diesmal media-player.play-media. Auch hier wählen wir wieder unseren Wecker aus. Als Content-Type schreiben wir jetzt hier Amazon-Music. So, und über die Content-ID können wir ihm jetzt noch mitteilen, welches Lied oder welche Playlist er abspielen soll. Und wo wir die Content-ID herbekommen, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und zwar gehen wir dafür einfach mal auf music.amazon.de. So, und dann seht ihr jetzt hier auch schon ein paar Playlisten und habt jetzt hier die Möglichkeit, jede beliebige Playlist auszuwählen. Wenn ich jetzt hier die Playlist anklicke, dann wird sie natürlich abgespielt. Aber wir möchten sie ja jetzt nicht abspielen, sondern wir benötigen ja jetzt deren ID. Und diese bekommen wir eben nicht durch den Playbutton, sondern wenn wir hier auf die drei Punkte gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, diesen Radiosender zu teilen. Das klicken wir einmal an und dann sehen wir hier einen Link, music.amazon.de slash stations. Und was uns jetzt interessiert, ist der Code zwischen stations und dem Fragezeichen. Den kopieren wir uns jetzt und fügen diesen hier als Content-ID ein. So, und das war's auch schon. Unsere Automatisierung ist fertig. Wir speichern das Ganze und können das Ganze jetzt einmal testen. Um unsere Automatisierung jetzt noch einmal zu testen, schnappen wir uns jetzt hier noch einmal unser Template, kopieren das Ganze, gehen in die Entwicklerwerkzeuge und ersetzen jetzt hier einmal den ganzen Block durch unser Template. Und jetzt sehen wir hier False and True. Und seht ihr gut, dass wir darüber gesprochen haben, denn er liefert uns jetzt hier drei Werte. Wir brauchen aber nur einen, nämlich ob gültig oder nicht. Das heißt, diese Klammern hier, die sind noch zu viel. Genau, jetzt sagt er False. Und da wir das jetzt gerade schon als drei Werte angezeigt bekommen haben, wissen wir auch, der untere Bereich, das Package, das ist schon gültig. Die Uhrzeit aber noch nicht. Das kopieren wir jetzt nochmal eben und korrigieren. Hier das Template. So, jetzt ist es auch korrekt. Wir sagen hier Speichern. Diese Automatisierung könnt ihr natürlich wie immer einfach bei mir unten in der Videobeschreibung runterladen. Müsst ihr also nicht alles abtippen. Ihr müsst dann nur die Entitätsnamen entsprechend anpassen. So, jetzt können wir das Ganze mal wirklich testen. Dazu legen wir jetzt hier am Handy mal einen neuen Wecker an. Wir haben jetzt gerade 1.48 Uhr. Sagen wir um 1.50 Uhr soll der Echo klingeln. Also müssen wir auf 2.05 Uhr unseren Handywecker setzen. Er sagt jetzt hier in 17 Minuten. Insofern haben wir noch 2 Minuten Zeit, um uns das Ganze noch einmal genauer anzusehen. Dafür gehen wir in die Entwicklerwerkzeuge. Wir sehen hier, der Eintrag ist natürlich noch nicht gültig. Erst in 2 Minuten dürfte das der Fall sein. Und damit wir jetzt hier die einzelnen Werte auch noch einmal sehen, erweitere ich nochmal das Template und blende jetzt hier nochmal die aktuelle Uhrzeit und die Uhrzeit unseres Weckers ein. Wir sehen jetzt hier 5 nach 0, also 2.05 Uhr. Ja, und in ca. 1 Minute sollte es dann soweit sein. Dein personalisierter Sender wird abgespielt. Mein Soundtrack von Amazon Music. Ja, und wie ihr sehen konntet, hat der Wecker jetzt auch automatisch gestartet. Und insofern sind wir an der Stelle auch schon fertig. Die Automatisierung ist erstellt, funktioniert und unser Echo spielt jetzt Musik entsprechend des Weckers unseres Handys. Ja, soviel zum Thema Amazon Echo als Wecker nutzen bzw. Amazon Echo mit dem Smartphone Wecker synchronisieren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt es mir gerne unten in den Kommentaren oder kommt natürlich auch gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auch direkt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!